Jo, da sind wir da bei Tales of Vesperia. Beim letzten Mal sind wir hier in den Schrein von Baktion gegangen, haben Alexei verfolgt, der es Tal entführt hat, anscheinend. Und ich habe mich beim Etwa hier zurückgelassen, denn ich glaube, hier hinter kommt jetzt die Auflösung, was jetzt hier drin wirklich passiert ist. Nein, noch nicht. Ich habe euch angelogen. Aber gleich, in einem der nächsten Räume wird es sicher noch passieren. Denn ich meine, wir sind so ziemlich am Ende des Schreins. Es war wirklich nur noch ein Raum weiter. Astal, wie fühlt es sich, dass du deinen letzten Moment in dem ganzen Tempel gebaut hast, um dich zu schütteln? Räscher Mensch! Räscher Mensch! Alexei, bitte stopp das! Wenn du so glücklich bist, dass ihn von seiner Schrein, warum nicht deine Erhöhung zu schütteln, um ihn zu schütteln? Du bist wirklich nicht Macht. Seid, du bist nichts mehr als eine blight in diesem Weltkrieg. Ich bin sicher, dass du das jetzt verstehst. Ich bin sicher, dass du das nicht gut bist. Ich bin sicher, dass du schon gut bist. Ich bin sicher, dass du da bist. Ich bin sicher, dass du mit einem Schrein und du schütteln bist. Ich bin nur die Glückwunsch. für die Heilung. Spare mir! Der größte Moment für jede Art, ist, wenn es endlich benutzt wird. Selbst die Zutdung dieser Welt kann sein, wenn es richtig benutzt wird. Und nur ich kann das tun. Jetzt, Prinzessin, komm mit mir. Without mir, ich bin Angst, dass deine Macht ist. Alexei, stop! Junik! Ahaha! Weren't you Enteleakea supposed to be masters of this world? Stop it! Let us tell go! Oh, how disappointing. He's dead. But how can that be? Smaller than I would have hoped. No matter. It can be used in any number of ways. Alexei! Ah, you've come this far. Now, be baptized in the air your dear princess charged with her own hands. No! Please stop this! Run! Take this! What? What are you doing with that sword? What happened to Duke? He gave this to us before he took off. And he didn't seem all that worried about you. What irony. That which I have searched for all these years. That it would arrive at my feet, only when I no longer have a need for it. With the child of the full moon, the Apathea, and my knowledge. Dei Nomos means nothing to me. Talk to yourself a lot, huh? Not a good sign. Now shut up and let Estelle go! Huh. Are you certain that is what the princess wants? Estelle! Estelle! What's going on? Estelle! I... I don't know. What are you talking about? As long as I'm with you all, I'll only cause you harm. But... I wanna be with you. I just don't know what I should do. Forget about that, Estelle. Get over here! If there's something you're unsure about, we'll work it out together. Yuri... I... I can't take this! Now, now, Mr. Yuri Lowell. Such brash behavior does not befit a young lady's escort. Sorry for my lack of manners. There aren't many gentlemen where I'm from. That sword is nothing more than an annoyance now. I will rid myself of you here. Yuri! Get out of the way! Who's he? Captain Schwann, isn't it? I thought you always let your knights handle things for you. What's with the change? What is it, Repeat? I suppose there's no fooling the nose of a dog. Ah! That voice! Wait! Raven? This doesn't look like a joke. One of the Union's most important members is a captain in the Knights? Huh. So that's what was going on. Wait! But what about the dawn, Raven? Conversing with you is not one of my duties. Raven! We're in a bit of a hurry, so let us through! Wait. You're not really thinking of trying to stop us, are you? What the hell? Chuan Altarain. First Captain of the Imperial Knights. Ready to battle. Und da sehen wir, was wirklich mit Raven passiert ist. Ein Verräter. 148.000, joo. So. Dann. Wollen wir mal. I will tell you again. I am not Raven. I-I hate you! Many people hate me. You should be like that all the time. Sorry. This is the last time you'll see it. Dammit. I really liked you, Raven. I couldn't tell you before, but if my dad were- How unfortunate. Raven isn't here. I can't let this go. I won't let you do this. I would expect no less from an opponent. I will face you with the utmost respect. Jo. Da haben wir noch ein bisschen was gehört. Obwohl, deswegen habe ich da auch nichts gesagt. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Da! Ja. Overlimit. Overlimit. Das ist gut. Moment. Ich schmeiße mir mal eben mein Apfelgummi hin. Ich schmeiße mir mal eben mein Apfelgummi hin. Denn für die, äh... Geile Mission brauchen wir sein Overlimit. Aber ich bräuchte dann ein bisschen mehr KP, um das auch zu überleben. Komm, mach dein Mystic Art. Mach dein Mystic Art. Mach dein Mystic Art. Schade. Man muss nämlich sein Mystic Art machen, damit wir unsere geheime Mission hier machen können. Nein. Nein. Deswegen halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück. Ähm. Nein. Lass sie... Au. Sind wir alle in Ruhe, wollte ich eigentlich gerade sagen. Stattdessen haust du uns beide um. Der haut auf jeden Fall gut rein, unser lieber Raven. oder besser gesagt Schwann. Denn das ist ja nicht Raven. Haben wir eben schon erfahren. Das ist Schwann. Ja. Ich halte mich jetzt noch ein bisschen mal zurück. Denn er hat nur noch die... Wow. Attacke kann ich auch. Aufwachen. 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 Wäre vielleicht gut, um sich ein bisschen zurückzuhalten. Wobei, er hat noch die Hälfte. Ja. Ich fliege immer in seine Attacken rein, wenn ich mich da irgendwie mit Ghostwolf dazwischen gehen möchte. Bam. So. Jetzt aber. Komm. Danke. So jetzt schnell. Nein. Doch. Ja. Wunderbar. Hat gerade so noch geklappt. Äh. Nein. Das war das falsche Overlimit. So. Dann wollen wir mal. Jetzt könnte ich auch mal ein bisschen ernst machen. Also man muss ihn, nachdem er sein Mystic Art macht, sofort angreifen. Also am besten während er im Overlimit ist. Beim zweiten Mal. Glaub ich, im ersten Mal macht das noch nicht. Beim zweiten Mal dann direkt zu ihm hingehen. Nein. Es hat nicht mehr geklappt. Schade. Wow. Da hat es gerade kurz gelaggt. So. Jetzt war ich natürlich weg von ihm. Denn ich möchte sein Overlimit nicht abbekommen. So. Ich schmeiß mir mal selbst ein Abfallgummi rein. Äh. Mischgummi rein. So. Der lässt da schön alle explodieren. Nein. Nein. Du bist nicht mehr. Du bist nicht mehr. Uuuups. Hallo. Lass mich in Ruhe. So. Schnell mal Repeat wieder beleben. Viel hast du ja nicht mehr eigentlich, Kollege. wieder. Ja. Hau mir einfach auf den Kopf und töte mich. Das ist eigentlich nicht betäubt. Wir sind gerade alle betäubt. Kill me. Da hat der Redner noch geheilt. Schnell. Wow. Ja. Immer mit der einen Attacke. Direkt mal umhauen. So. Einfach warten, bis ich wieder belebt werde. So. So. Viel hat er nicht mehr. Der ist gleich weg. So. So. Was so ist der Mann? Also an sich ist das sogar eines der einfacheren. Äh... Ja wie heißt das? Eines der einfacheren äh Geheimnisationen. Irgendwie kann ich gerade nicht dazu bringen, auf ... Nein, du machst jetzt keine Magie. So. Nach allt orbiter Zeit. Das war eigentlich ganz in Ordnung. Ich werde dann jemanden rausnehmen, die versucht uns zu stoppen. Aber es ist Raven. Das ist doch egal. Ähm, wiederholen? Ach so, da! So, Moment, ich möchte die Kroketten machen. Denn da können wir noch was draus bekommen. Und Alarmlevel ab. Hey! Hm. Ich hätte gedacht, dass so eine Blastie wäre das Ende von mir. Von diesem kürzlichen Körper. Was ist das? Ist das eine Blastie auf seinem Kopf? Es ist sein Herz. Oder eher eine Blastie, die in seinen Platz genommen hat. Der Original wurde vor zehn Jahren verloren. Zehn Jahre? Das heißt, in der Great War? Ich habe meine Leben während dieser Krieg verloren. Aber Alexei sah die Möglichkeit, die mir zurück zu mir mit diesem. Also, das muss auch eine Blastie Hermes sein sein sein. Warum hat Baul dann nicht so gesehen? Ich denke, das ist, weil es nicht durch die Luft ist, sondern durch meine eigene Kraft. Eine Blastie, nur durch die Menschheit? Keine Chance! Was war das? Ja! Wir haben in der Nähe. Das wäre Alexei. Er hat dich gebeten. Oh, hold on! Auch mit dir hier noch? Er konnte nicht eine Chance für diese Schmerzen. Jetzt ist es für ihn nicht. Also, er hat eine Stelle benutzt, um den Duke hier zu holen. Dieser Schmer ist noch mehr als ich dachte. Was? Hey, alter Mann! Das ist kein Zeitpunkt, um zu stehen! Der Ende hat endlich geschafft, für mich. Nein! Du hast nie gedacht, dass du diesen Ort wundervollst. Wer sagte, dass du einfach nur aufstehen und sterben hier bist? Selbst wenn alle deine Reise mit uns waren nur ein paar Joke für dich. Du willst mir sagen, dass deine Angst vor der Däun war nur ein Akt 2? Ich dachte, dass die Guilden nie verletzten bis der Arbeit fertig war. Das war nicht so sein, dass du dein Wille bist? Du gehst weiter nach dem Ende zu leben. Mann, du kannst wirklich ein Downer sein, du kennst das? Was ist das? Verdammt, wir werden es nicht machen! Was ist das? Rehven! Nein! Wenn du deine Blastia benutztest, die du in dir bist... Ich kann das nicht immer weitergehen. Geh aus hier! Oh Mann! Alexei geht nach der Kapitel! Da wird er die finalen Städte von seinem Plan. Die resten... ich werde in deine Hand. Rehven! Rehven! Carole, komm mal! Aber... Geh! Ich muss mich so schwer in meinem alten Wagen werden. Ich mag uns zwar verraten haben, aber trotzdem hat er sich dafür aufgeopfert, uns zu retten. Rehven! Das Idiot! Also, er wirklich war einer von uns, nach allem! Verdammt! Du Idiot! Schau mal! Wir haben eine Prinzessin, die sie zu retten! Jetzt geht es! Stuck mit einem anderen Job, die niemand viel will? Es ist nichts. Wir sind eigentlich in einem hurry. Die Herakles ist weg! Die Herakles ist weg! Just wie Ravens sagte. Sie müssen bereits verlassen für Zophias verlassen. Uri Lowell? Was machst du hier? LeBlanc? Auch Tweedle A und Tweedle B sind hier! Und was ist Tweedle? Was ist Tweedle? Out mit es? Fools! Das ist nicht die Zeit für nichts. Du hast nicht gesehen, unseren Kapitän Schwan? Ich habe keine Worten von ihm, seitdem er sich in der Operation von seiner Exzellenz, der Kommandant. Ich kann einfach nicht verstehen, dass die Kommandant's recenten Aktionen der Kommandant ist. Wir suchen überall. Aber wir sind hier mit einem Report, dass Herakles wurde gesehen. Alexei ist auf dem Weg zur Kapitel. In Herakles. Ah, dann haben wir ihn einfach. Und was ist der Kapitän Schwan? Wir... Schwan hat uns geholfen. Oh, er hat er jetzt? Also ist er auf dem Herakles auch? Er ist in der Schreine. Das größte Teil. Was? Wait, du... Nein. Das ist nicht passiert. Das kann nicht sein. Du, erzähl mir was passiert. Ich will es hören, Uri Lowell. Wir haben fast sterben, dank dem Alexei. Der einzige Grund, warum wir hier jetzt stehen, ist wegen der Kapitel. Alexei hat eine Art secretive Plan für den Empire. Und das kann nicht gut sein. Wir werden sicher, dass er nicht die Chance hat. Wir werden es ausführen. Wenn du irgendwelche Kräte bist. Wenn du irgendwelche Kräte bist. Dann wirst du nicht in unserem Weg stehen. Aber wie? Wie könnte es dazu kommen? Komm! 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 aspelsch Wir werden es ausführen. um Alexi aufzuhalten. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo fliege ich eigentlich gerade hin? Wo bin ich? Da unten. Okay, da lang muss ich. Ja. Nachdem Raven, schräg schräg Schworn, sich gerade aufgeopfert hat, um uns zu retten, können wir jetzt endlich weiter, um das Telt zu retten. Wir sind auf sie zu retten. Schau! Schon ein krasses Viech. Die Imperierer müssen die Macht zeigen, egal ob die Gefahr, die sie vorzusehen. Alle, mit mir! Das ist ein Suizid. Sie sind tot, wenn sie zu nahe zu Herakles sind. Well, es ist Flynn. Ich glaube, er wäre so großartig, um zu retten zu retten. Auch so, ihre kleine Fliege hat keine Chance gegen diese Fortress. Well, if we can't get in from the bottom, we'll just get in from the top. What? Wait, let's think this over a little more. Ba'ul, take us up. Hold on tighter, you'll be shaken off. They're shooting at us! Ba'ul! There! The rear left! It's the only area that isn't shooting. Okay, that's the spot. Do you think he can get us there? He's a little hurt that you'd even ask. Sorry. Alright, it's up to him. Take us in, Ba'ul. Let's go! Und damit sind wir auf der beweglichen Festung Herakles. Man, ich dachte, ich war tot. All die Gäste sind tot. Also das ist, warum der Kanzel Feuer von dieser Sektion so weckert war. Someone ist hier. Jetzt frage ich mich ehrlich. Wie sind die so schnell hier hingekommen? Ich habe einen fliegenden Drachen, einen Telekär, der über die ganze Welt wahrscheinlich innerhalb von zwei Minuten fliegen kann. Ihr wart gerade eben noch in dem Schrein von Bakhtion. Wie seid ihr hierher gekommen? the Schwan Brigade? Still gunning for Alexei after everything that's happened? We knights must do as our pride demands. Come on, you guys, leave us alone! Seriously! Looking at you guys makes me remember a face that I'm trying hard to forget. What sort of face do you mean? Must be some poor sap Na, siehe da, wer da wieder aufgetaucht ist. So happy to see me, Kat's got your tongue? What are you doing here, old man? Gee, glad to see you too. All right, men, hold down the fort here. Sir! Yes, sir! There, that should do it. Raven! Okay, it's up to you guys for... How can you say that? There's no way we can trust you. Don't try to pretend you forgot what you did, old man. I see. Well, then do me a favor and put me down quick. Hey! What are you trying to prove? I didn't think I cared that much about living. But before I knew it, I was waist deep in all this. If I have to be done in by you guys here... Well, there are worse ways I could go. Now that you've turned on Alexei, your Blastia could be shut down any time. So you might as well die here. Is that what you mean? I've been a dead man for over ten years. So what is a dead guy like yourself doing here anyway, Raven? You came here to settle accounts with us, didn't you? Well, Brave Vesperia would be pleased to take care of that for you. Your life belongs to Brave Vesperia now. From now on, whether you live or die depends on us. Right? Haha, that's perfect, Yuri. This is your punishment. Thanks, Judith. I didn't want to feel left out. Brutality. Raven, do you know where Alexei's hiding? Uh, I guess he'd be in the war room. Let's go then. All right. You're not allowed to just die on us, Raven. Unsterblich, alter Mann. Und da haben wir Raven wieder zurück. Er hat sich zwar ein bisschen daneben genommen, aber er hat gerade seine Strafe bekommen. Und... Darf auch wieder ins Team. Moment. So, mit Judy zusammen. Sein Leben gehört jetzt Brave Vesperia. Und, wir sehen schon, durch den Elfenbogen, den er automatisch ausgerüstet hat, hat er jetzt auch sein Spezial. So, was hat er denn vorher gehabt? Ja. Könnte alles sein. Nehmen wir mal das jetzt einfach mal. Ähm, das heißt, ich kann jetzt auch das Spezial ausrüsten, da er es ja theoretisch jetzt hat. So mache ich das halt immer das erst, nachdem sie es eigentlich bekommen hätten, äh, sie es dann auch wirklich ausgerüstet bekommen. Ähm, jetzt muss ich mal umschauen. Irgendwo hier laufen, glaube ich, noch die ganzen Fiedels rum, genau. Ja, Captain Schworn, sei vorsichtig. Ich glaube, einer verkauft auch irgendwie. Du da? Ja, Vorratslager, ein Dekor. So, Orangengummis brauche ich. Hm, hier sonst nichts. Was verkauft er denn an? Auch nichts. So, Synthese. Nichts. Ach, die Waffen haben wir jetzt nicht durchgucken. Ich gucke nur schnell noch die Sekundärwaffen durch. Ähm. Aber da ist auch nichts Interessantes bei. So, da kann ich mir mal kurz mal zeigen, was wir bekommen haben, gerade durch den Kampf. Und zwar, wo ist den Gotenschutz denn her? Achso, den trägt, den trägt. Ding ist gerade, oder? Ah, ne, das sind die alten Waffen, die Raven vorher hatte, bevor er abgehauen ist. So, Prestige des Kaiserreichs erhöht die Rate der Überlimit-Anzeige. Halt so ein extra Ding, was wir uns ausrüsten können. Was haben wir denn? Smaragdring, Würfel, Reif des Erwachens. Das kann sie dann haben. Prestige des Kaiserreichs. So. So, wir sind nun auf der Herakles und, ja, suchen Alexei. Oh cool, Raging Blast habe ich gelernt. Ich glaube zwar, dass man daraus nichts machen kann, aber, ist eine schöne Attacke. Würde ich aber auch nie benutzen. Ich würde sagen, der Magier ist als nächstes dran. Ich habe mir leveled this Raven eigentlich, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Wow, das war gerade sehr schön von euch. Ihr stand einfach nur vom Gegner rum und habt euch einfach treffen lassen. Ich glaube, er hat sich von einem Level 1 angepasst. Das ist ja jetzt auch etwa so wie wir. Äh, Kroketten, Kroketten, ja. Und da hat Carol doch was gelernt. Jetzt habe ich gar nicht gehaftet. 38, oh gut. Dass er sich angepasst hat. Ich gebe mal auf, es ist auf dem gleichen Level wie Yuri. Nur halt komplett ohne die ganzen Extra-Fachungen. Ah, eine Naginata. Ein antiker Speer. Könnte ich eigentlich geben, weil sie lernt gerade sowieso nichts und das wäre ihre stärkste Waffe. Ja. So, eine Frage an euch. Wie findet ihr es, dass Raven Sammel jetzt wieder zurückgekehrt ist und ja, wieder bei uns ist. Finde es gut oder meinte er, ey nein, du scheiß Verräter, verpiss dich. Weil, ich meine, könnte ja so einen kleinen Bezug zu Tales of Symphonie ziehen, finde ich. Und zwar zu Selos. Denn der hat uns anfangs ja auch verraten. Aber an sich eigentlich ja auch nur, um die ganzen Materialien für diesen Ring zu bekommen, damit Leute ja das ewige Schwert führen kann. Ey, nicht heilen. Also im Endeffekt hat er sich, ja, und zwar verraten, aber an sich trotzdem für ein gutes Wohl. Gut, das war jetzt bei Raven jetzt ja zwar nicht anders. Er hat es wirklich verraten, weil er ja jetzt Alexa übergeben hat. Aber er hat ja trotzdem, er hat uns halt trotzdem noch geholfen nachher. Er hat uns ja alles das Leben gerettet dann. Und ja, jetzt ist halt sein Leben in unserer Hand. Was findet ihr? Ist es eigentlich gut, dass man ihn wieder immer noch dabei hat, oder? Oh, ich denke, ich bin in Liebe. Du wirst einfach verraten. Oh, Baby. Ich bin bereits zu einem Krisp. Oder findet ihr, nee, Raven kann man nicht verzeihen, was er getan hat. Was wäre denn eure Meinung dazu? Würde mich mal interessieren. So, wir haben gleich auch Overlimit 3. Also wir können uns gleich mal Ravens Mystic Art anschauen. Wobei wir das ja eigentlich schon gesehen haben. Denn das Mystic Art, was er im Kampf gegen uns gezeigt hat, Blast Heart, ist das gleiche, was wir hier auch sehen werden. Was ist das, was du da machst? Spiralhaue. Ah, erhöht physischen Angriff. Ja, kannst du das machen. So. So, im nächsten Kampf, glaube ich, können wir es mal machen. Jetzt nicht, weil für den einen Gegner. Nee. So, und wir haben was Neues gelernt. Und zwar, was war das denn jetzt eigentlich? Tempura, glaube ich, war das. Schauen wir mal schnell. Da, Tempura. Haben wir gerade gelernt. Ähm, du da. Du siehst perfekt aus. Dich haben wir jetzt mit Blast Heart weg. So. Hast du, du hast den Tanzbär. Nee, das gefällt mir nicht. Nehmen wir das Kobalt mehr. So. Bitte, wie viel Schaden? 10.000. Wow. Ja, der Vogel hat gerade jetzt komplett die Orientierung verloren und ich fliege nur noch im Kreis. Aber das war Ravens Mystic Art. Blast Heart. Hat auch ordentlich an Stärke. Wir haben jetzt die Miso-Suppe mit Schwein, denn daraus können wir auch noch ein Gericht machen. Ja, da haben wir jetzt gesehen, das Mystic Art von Raven hat es drauf. Und zwar ordentlich. Den Gegner können wir noch mitnehmen. 10.000 Schaden. Das ist, äh, Q-Shot, glaube ich, mit Simon. 5.000 oder so, allerhöchstens. Ja, ist ja gut. So, gehen wir erst mal auf die andere Seite. Ich möchte nicht in den Gegnern, zwischen den Gegnern stehen. Das Arividerci ist auch verdammt gut von ihm. Wie oft? Ist das immer noch nicht gelernt? Oder doch? Wohin kommt das eigentlich nochmal, das Arividerci? Oder einen Moment. Ach nee, das macht er zu Inverno. Stimmt ja, so war das. So. Kann er ja noch weiter lernen. So soll das ja auch können. Das ist... Inverno ist ja eigentlich eine ziemlich gute Attacke. So, ähm... Ah, Udo Nudeltopf. Damit haben wir jetzt eigentlich alles gelernt, was wir zur Zeit lernen können. Gut, und ich würde sagen... Oder? Kommt hier noch ein Gegner? Oder kommt schon Speicherpunkt? Ich schaue mal eben noch ein bisschen weiter. Hier ist nichts versteckt. Äh, da kommt ein Gegner. Okay. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal schauen wir jetzt den Herakles weiter an. Also, bis dann. Ciao. Ciao.